Yo, was geht ihr wunderschönen Gewürzgurken? Hoffe euch geht's gut. Ich befinde mich gerade bei der Militärbase, denn heute soll es eine Umwetterwarnung geben. Ihr seht schon, es regnet. Es soll anscheinend einen fetten Tsunami in Los Santos geben und es sollen Meteoriten runterfallen. Ja, danke fürs Zuhören. Hat mir hier vielleicht irgendjemand zugehört? Nein? Okay, dann nicht. Vergesst das Video nicht zu liken, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nie wieder die besten GTA-RP-Videos hier auf YouTube zu verpassen. Hat er nicht gesagt, Würfelpack? Wo ist er jetzt? So, Leute, passt mal auf hier. Mein cooler, neuer Stunt. Der macht Augen weg, 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 Mini. Los, macht Platz und los geht's. Durch den Irren an, Alter. Ey, Wannabe. Was machst du hier? Du hast doch gesagt, Würfelpack und nicht McDonalds. Komm sofort hier raus. Wo hast du das Fahrrad her? Das ist meinst? Ich glaube nicht. Das ist jetzt mein Fahrrad. Ey, Mini, gib mir sofort dein Fahrrad her. Oh nein. Los, runter, dein Fahrrad her. Auf euch zu schlagen. Passt es. Hört auf, Feierabend. Okay. Wie geht's dir? Hey, Brexit. Ja? Hast du schon die Nachricht gesehen? Welche Nachricht? Ach, egal. Ne, sag mal jetzt, welche Nachricht? Ja, so, keine Ahnung, Umwetterwarnung. Was für eine Umwetterwarnung? Auf, okay, man. Umwetterwarnung. Das neue TikTok hier, wa? Welt geht unter, bla, Alter. Was für eine Weltuntergänge? Das ist Quatsch, Alter. Ich geh ins McDonalds. Komm, kommst du mit? Blöde. Keine Ahnung. Ohne Fahrrad. Ohne Fahrrad. Okay, du kommst ein Fahrrad rein. Alles klar. Ey, das Letzte ist geklaut worden hier von mir. Uh, rein. Moin Meister. Was geht, Leute? Hallo. Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Ja. Ey, die haben schon wieder mexikanische Woche. Ich nehme Los Nachos. Los Nachos? Wir lassen den Herrn erstmal hier vor, ja? Ja, like that, man, du. Yo, yo, chill, Bruder. Ist okay, bestell mal. Chill, wenn man deine Nuggets, Alter. Yo, yo, ich glaube, er rastet aus. Bruder, siehst du das? Nein, was denn? Umwetterwarnung. Alle sofort im Tunnel begeben. Es besteht Lebensgefahr. Yo. Bruder, was passiert hier gerade? Regen, hier regnet sogar rein. Schnell weg. Bruder, was passiert hier gerade? Da stand irgendwas mit Tunnel, oder? Das Fahrrad hier. Das ist zwar von Steve, aber egal. Scheiß auf den. Glaubst du daran? Nein, Mann. Ach, Quatsch. Schon wieder übertrieben wie damals mit, du weißt schon was. Lass mal zu meinem Auto, komm mal mit. Hast du ein Auto? Ja, ich habe mein Auto da hinten stehen lassen. Es wird echt stärker. Der Regen wird stärker. Ja, aber es ist doch nur Regen, Mann. Bist du aus Zucker, oder was? Du bist so stark, Alter. Nein, die ist alles voll rutschig. So. Komm mit. Die Mülltonne ist dein Auto? Du bist nicht lustig. Steig ein. Ey, das ist nicht dein Auto. Ich weiß. Oha, Bruder. Yo. Der Diebstahl-Boss ist wieder am Start. Ach. Tschüss. Was ist denn hier los? Das hatten wir noch lange nicht mehr in Los Santos. Was machen wir denn jetzt? Das ist scheiß Wetter. Sollen wir nach Hause zocken? Was ist denn? Hast du den Irrendal gesehen? Guck mal, wie der Irre fährt. Alter, der dreht ja komplett durch. Die wollen alle abhauen, glaube ich. Aber wohin? Oh mein Gott, Bruder. Wow. Was ist das denn? Oh, Meteoriten, Mann. Scheiße. Du musst dich unterstellen. Warte, warte, warte. Verdammte Scheiße. Wir bleiben hier. Du Scheiße. Du, was war das? Bruder, was ist das? Tschüss. Scheiße. Überall Meteoriten, Alter. Guck dir das ein. Übertriebene Blöcke. Du Scheiße. Oh mein Gott. Oder ins Parkhaus oder so. Nein, wir sollen in den Tunnel rein. Och, du Scheiße. Oh mein Gott. Überall diese Dinger. Digger, und ich hab letztens Greenland geguckt. Jetzt passiert es wirklich. Oh. Oh, du Scheiße. Wo gibt es denn hier einen Tunnel? Sag mal schnell. Oh mein Gott, das war knapp. Gute Frage. Nach links gleich. Nach links? Ja. Oh mein Gott. Hier rein, oder was? Ja, ja, ja. Tschüss. Bruder. Was machen wir? Geht weg, ihr kommt nicht rein. Wir haben zwei Sitzer. Was denn? Das ist letztens auch schon passiert. Oh mein Gott. Am Anfang kommt diese kleinen Midi-Dinger runter und da kommt immer ein richtig heftiger runter. Woher kommen die Dinger, Mann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gedacht, das wär nur Spaß gewesen. Wir müssen in irgendein Tunnel rein, Bruder. Oh mein Gott, tschüss. Wow, ach du Scheiße. Die Regierung hat gesagt, wir sollen mich zu den Tunnel begeben. Och du Scheiße, wie komm ich da jetzt durch? Tunnel, die verarschen uns doch nur. Die bringen die Leute wieder raus. Es werden nur wichtige Leute mitgekommen. Ich hoffe, du bist wichtig. Ich bin sehr wichtig. Dann solltest du gleich einen Anruf kriegen. Wenn nicht, dann ist auch wie bei der Film falsch gewesen. Fahr nach rechts, fahr nach rechts. Ich hab ne Idee. Nach hinten, zurück. Ja, 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 warte, warte, warte. Boah, der Wagen lenkt überhaupt nicht mehr. Da, bei der Meteorit links einfach gleich. Hier links? Ja, 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 feier erstmal hier lang. Alter, was ist denn hier los? Die haben sich hier alle versammelt. Jo, was geht, Mini? Boah, zum Glück habt ihr es geschafft. Hier, die feiern schon den Weltuntergang. Verdammte Scheiße, Alter. Sind die alle bescheuert, ey? Ja. Nein, der hat sogar eine Affenmaske auf. Du spinnst ja vollkommen, Junge. Ach, du heiliger Bim Bam. Was ist hier los, Mini? Die versuchen nicht, was überleben. Ja, die versuchen es nicht mehr. Die haben sich einfach hingesetzt und feiern auf einmal Party. Die geben auf. Die Welt geht einfach runter und wir sind mittendrin. Habt ihr eine Nachricht bekommen von der Regierung? Ja, die kam eben. Ja, ja, aber ich mein, wichtige Leute werden ausgeflogen. Ja, genau. Wann hat die alle wichtig? Ich glaub, heute kommen noch ein paar Flügel. Ein paar Flügel? Ey, wir müssen den kriegen. Die sind unwichtig, die sind unwichtig. Okay. Was sind die Falzen? Wir brauchen Regierungsleute. Der da mit dem Anzug. Der weiß doch bestimmt was. Bist du von der Regierung? Äh, nein. Nein, ach verdammt. Dann zieh ich ab, Junge. Wir brauchen Regierungsleute. Wir müssen mit denen mit. Komm mit zum Auto. Nicht so Partygangster. Yo, Mini, feier aber weiter ab. Viel Spaß. Wir müssen kurz hier eine Besprechung haben. Ciao. Tschüss. Hey, Bruder, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaub, dieser Mini hat mir auf jeden Fall eine Hose geklaut. Das kriegst du wieder. Blöder Penner. Die gleiche Hose wie du. Yo, was ist mit denen hier los? Yo. Verdammt, was ist mit denen los? Fahr weg, fahr weg. Nein, steig aus. Wie, fahr weg? Warum sollen wir wegfahren? Die knallen alle ab. Keine Ahnung, weil die schießen. Wer sind das für Leute? Weiß ich nicht. Knallen die ab, Bruder. Boah, der maskiert hat ganz schön eingesteckt. Boah. Der ist tot. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Was machen die hier? Sind die Behinderten? Die sind auf unserer Seite. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Bruder. Schieß einfach. Schieß, schieß, schieß. Nee, nix. Das flackert alles so. Die wechseln die tot. Keine Ahnung. Da schießt noch einer. Da schießt noch einer. Da hinten. Scheiße, explodiert irgendwas. Der wirft was. Krall den ab. Ich habe erst da auch. Ach du Scheiße. Wir hatten gerade Ratten auf den geworfen. Bruder, steig ein. Wir müssen hier weg. Scheiß drauf, Mann. Steig ein. Die drehen hier alle durch. Alter, hier ist alles tot. Wow. Hier explodiert alles. Was ist hier los, Mann? Okay, je bin eh. Bruder, wir müssen hier abhauen. Scheiß drauf, Mann. Jo, guck dir das an. Tschüss. Da ist ein Tunnel, da ist ein Tunnel. Ey, die Leute drehen hier durch, Mann. Ja, ja, ja. Alter, wir müssen zum Regierungsgebäude. Du siehst doch, alles ist nicht mehr sicher. Zum Regierungsgebäude? Wo ist das? Wir drehen durch. Wir kennen sich da noch besser aus. Wir können da noch besser aus. Ja, markier es mal in Navigation. Los. Ja. Hier? Aber wir müssen hoch. Nee, wir müssen hoch. Wir müssen... Mein Gott, wie kommen wir denn da hoch? Fahr mal hier links gleich. Oh Gott, hoffentlich geht das hier an. Hier ist alles kaputt. Meinst du, da ist jemand? Hoffentlich. Du kannst nur noch links hoch. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Verdammt. Scheiße, in den Gegenverkehr rein. Mach Platz. Mach Platz. Bruder, schnell, vielleicht ist hier jemand. Alter. Ich seh, das Licht ist an. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr. Vielleicht können die uns sogar helfen. Hallo. Hilfe. Hallo. Hey, was freut ihr? Jo, 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 chill, chill. Kommt durch. Hier, weg hier. Die Leute drehen durch draußen. Die bringen uns um. Wir brauchen Hilfe. Alle hier raus. Wir brauchen Hilfe. Beschützen Sie uns. Hier ist kein Unterschlupf. Hier ist kein Unterschlupf für euch. What? Wie? Aber sie sind doch das FIB. Sie müssen uns doch helfen. Nein. Sie können uns nicht abweisen. Geben Sie uns die geheimen Informationen. Mann, Bruder, komm raus. Nein, wir geben euch gar nichts. Komm raus, Bruder, komm raus. Bruder, nimm deine Waffen. Alter, die wissen viel mehr. Ich weiß, nimm deine Waffen. Wir stürmen jetzt rein. Was hast du denn damit vor? Ja, wir stürmen jetzt rein. Die müssen uns Infos geben. Ist mir scheißegal. Sofort Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Waffen runter. Wir wollen sofort wissen, was hier los ist. Ah, schieß. Alter. Ey. Okay. Ihr wollt die harte Tour. Die könnt ihr haben. So. Was? Die wollten es so. Da ist einer im Anzug. Da ist ein Anzug, Fuzzi. Bei dem da, der Regierungsfuzzi. Was ist hier los, Regierungsfuzzi? Sagen Sie uns sofort, was ist los? Hey, hey, Hände hoch. Hände hoch. Was ist denn da? Was passiert hier gerade? Was wollen sie hier? Wir wollen hier gerade alle evakuieren. Warum passiert das gerade? Was für evakuieren. Die Welt geht doch unter. Und ihr ballert hier rum. Ja, die haben auf uns zuerst eingeschlagen. Das wollten wir gar nicht. Wir wollen nur Infos, was hier los ist. Ja, nix ist los. Alle werden evakuiert. Ja, wohin? Gib die Schutzräume. Wo geht der Präsident hin? Los, rück die Infos raus. Die gehen um auf dem Dach und werden gleich abgeholt. Auf dem Dach? Auf dem Dach? Wir kommen mit. Ist mir scheißegal. Wir kommen mit. Bringen Sie uns da hin. Sofort. Wir fliegen mit dem Präsidenten. Haben Sie verstanden? Alles klar, Pura. Wir sind jetzt der Präsident. So, keine falschen Bewegungen. So, wir sind da. Mach keine blöden Faxen, Alter. Die kommt sie ja nicht an, Junge. So, so, raus, raus. Du kannst die Hände runternehmen. Nimm die Hände runter. Alle Hände runter. Also, wie viele sind es hier? Was ist hier los? Bruder, hörst du das? Was ist das? Verdammte Scheiße, was ist das? Ich gehe auf meine Ohren. Was ist hier so laut? Ah! Ah! Das ist so ein Quatsch, Alter. Ich gehe jetzt mit Donald. Ah. Ah, was ist hier los? Oh. Verdammt. Was ist hier los? Ey, mein Bruder Wannabe. Oh, Mami, ich will noch nicht aufstehen. Steh auf, Alter. Verdammt. Falt in der Schule. Steh auf. Oh, shit. Wo bin ich hier? Ey, die ganzen Leute sind gestorben. Hallo? Scheiße, stimmt. Das war ja kein Traum. Was ist denn hier los? Was? Was? Das war... Oh Gott. Ein Tsunami wird jetzt kommen. Schnell. Ein Tsunami? Was für ein Tsunami? Was redest du? Bist du verwirrt oder was? Das war Born. Schnell. Wieder hin. Was für ein Tsunami? Bleib stehen. Er weiß irgendwas. Was für ein Tsunami? Die Meteoriten, die Einschläge. Die haben eine Erdbeben ausgelöst. Und da kommt jetzt ein Tsunami. Wir sollten alle schweinig ganz schnell abholen. Komm mit, wir müssen unsere Kollegen noch finden. Ja... Das hämme ich deine Kollegen, Alter. Ich will hier raus. Nimm die Waffe, nimm die Waffe runter. Das macht keinen Sinn. Nimm die Waffe runter. Er kann doch nichts machen. Hier ist alles kaputt, Alter. Verdammte Scheiße. Wie kommen wir hier raus? Ich will hier raus, Mann. Die Tür ist verklemmen. Die Tür ist versperrt. Kommt hier auf den Balkon. Was für ein Balkon? Verdammte Scheiße. Scheiße, das ist recht. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Du Scheiße. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier am schnellsten raus? Sag es sofort. Los. Spring runter. Spring vor. Spring runter, spring. Wo ist der Erste? Er springt ja wirklich. Yo. Bruder, guck dich um. Hat er es überlebt? Weiß ich nicht. Da ist ein Boot. Siehst du das Boot? Ich glaube, er schwimmt da hin. Der will uns das klauen. Bruder, spring du zuerst. Spring du zuerst. Er darf nicht vor. Er darf nicht vor. Er darf nicht vor. Er darf nicht zuerst. Weil du der große Bruder bist. Spring. Scheiße, Mann. Spring. Ich will dich. Ich liebe euch. Spring. Ah. Oh mein Gott. Hier ist alles unter Wasser. Yo. Jetzt muss Wannabe sehen. Wannabe. Alter, wo ist er? Verdammte Scheiße. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Oh, ich glaube, der ist Wannabe. Hat er mich gesehen? Ich hoffe, er hat mich gesehen. Oh mein Gott. Die ganzen Autos sind da noch unten. Bruder, hier bin ich. Hallo. Bruder. Hier. Ey, die ganze Stadt ist unter Wasser. Guck dir das mal an. Die ganzen Leute. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Da sind viele Leute im Wasser. Lass mal runter. Oh mein Gott. Hoffentlich schafft er es. Die ganzen Autos unter Wasser. Hier vorne ist der Würfelpark irgendwo. Da ist Wannabe. Die ganzen Autos. Menschen sind in den Autos. Scheiße. Ich kann die Luft nicht anhalten. Wir müssen zum Boot. Wo ist der Irre? Steig ein, Bruder. Zum Boot. Zum Boot hier. Verdammt. Das Boot geht nicht, Bruder. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh mein Gott. Egal. Lass uns den Leuten hier helfen. Steigt alle ein. Alle, die hier herkommen können. Los. Komm mit drauf. Wo ist der Kippin? Ich hab's gemacht. Nein. Ich hab's weg. Wer sollte hier drauf? Der ist unter Wasser bestimmt. Hier ist noch einer. Steigt ein. Alle, die hier einsteigen wollen. Setzen Sie sich hin. Rettung kommt bestimmt. Also hoffentlich. Ey, wir können keinen mehr aufnehmen. Geht weg. Tut uns leid. Es geht nicht. Die alte Oma kann auch nicht mit. Die Arme. Was machen wir denn jetzt? Hilfe. Warte mal. Es sind überall Helikopter in der Luft. Wir müssen in die Luft schießen. Hast du deine Waffe noch? Nein, die ist kaputt. Wir müssen uns bemerkbar machen. Wir müssen uns bemerkbar machen. Hier. Hallo. Hilfe. Komm sie hier hin. Oh mein Gott. Es geht wieder los. Jemand muss uns noch helfen. Da ist eine Heli. Wir sehen uns, oder? Wir sehen uns, oder? Wir sehen uns, hier. Kommen sie hier hin. Evakuieren sie uns. Ey, der hat uns echt gesehen. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Let's go. Mach ihn fest. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, Mann. Schatten sie sich hin. Gibt der aus wie Joker. Was macht er denn? Er ist rausgefallen. Oh no. Halt dich fest, Bruder. Aber eigentlich ist das egal. Wir werden gerettet. Außer wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Alter, guck dir das an. Das ist echt unsicher hier. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Einfach in Sicherheit. Die ganze Stadt ist unter Wasser. All die armen Menschen, die gestorben sind. Auch der Grüne. Hey, Grinch-Pexels. Du bist mein Lieblings-Joutuber. Bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben. Warte.